Wenn zum Beispiel so ein Barschschwarm ein Köder mitkriegt und dann der ganze Schwarm auf einmal hochkommt und die Fische wirklich sich hin und her um den Köder streiten und letztendlich der Schnellere gewinnt und die Beute fressen kann. Was geht denn eigentlich ab hier? Was geht denn eigentlich ab hier? Hier geht es ab. Was geht denn eigentlich ab hier? Was geht denn eigentlich ab hier? Was geht denn eigentlich ab hier? Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.